Das ist das Kernstück des Projektes 12 cm Mörser 16, das Geschütz Cobra auf seinem Trägerfahrzeug Piranha 4 8x8. Der 12 cm Glattrohrmörser der RUAG ermöglicht die indirekte Feuerunterstützung der Kampfverbände. Sein Trägerfahrzeug, der Piranha 4 8x8, zeichnet sich trotz hoher Autonomie und hohem Schutzgrad durch seine große Geländefähigkeit und Mobilität aus. Mit einer Tankfüllung kommt der Piranha 4 8x8 bis zu 600 km weit und kann mit einer Munitionsautonomie von 30 Schuss mehrere Feuerschläge ausführen. Dank seines Sechszylinder-Reihenmotors mit Direkteinspritzung, Turbolader und Ladeluftkühlung ist er nicht nur schnell, sondern auch überaus geländegängig. Steigungen bis zu 60% und Querneigungen bis zu 30% sind für den Piranha 4 8x8 keine unüberwindbaren Hindernisse. Genauso wenig wie anderthalb Meter tiefes Wasser oder Schlamm. Selbst Hindernisse bis zu einem halben Meter Höhe und bis zu zwei Meter breite Gräben bewältigt er problemlos. Der 12 Zentimeter Mörser 16 hat einen hohen Automatisierungsgrad. Er bestimmt aus den vorgegebenen Zielkoordinaten automatisch und selbstständig Ladung, Azimut und Elevation und richtet das Rohr direkt aus. Das Geschütz hat eine Reichweite von über 8000 Metern und benötigt unter 45 Sekunden vom Stellungsbezug bis zur Feuereröffnung. Seine Schusskadenz liegt bei rund neun Schuss pro Minute. Zum Selbstschutz ist auf dem Piranha 4 8x8 auch eine Waffenstation installiert. Die Besatzung besteht aus vier Mann, einem Kommandant, einem Fahrer und zwei Kanonieren. Und dies sind ihre Arbeitsplätze. Im Kampfraum arbeiten die zwei Kanoniere. Neben dem 12 Zentimeter Mörser sind die grossen Munitionsracks für Wurf- und Beleuchtungsgranaten sowie Nebelgeschosse montiert. Hier befindet sich auch die Loader Display Unit, welche dem Kanonier detaillierte Informationen für den nächsten Feuerschlag gibt. Unmittelbar vor dem Kampfraum ist der Platz des Kommandanten mit dem Display des Intaf-Rechners und der Bedieneinheit des Mörsers. Der Arbeitsplatz des Fahrers befindet sich direkt vor dem Kommandant. Auch er hat, wie alle anderen Besatzungsmitglieder, einen modernen Minenschutzsitz. Auf seinem Fahrerdisplay liefern ihm mehrere Aussenkameras eine Rundumsicht. Für die Wirkung im Ziel braucht es das perfekte Zusammenspiel der Fähigkeiten aller Mitglieder der Besatzung mit dem modernen Waffensystem. Der 12 Zentimeter Mörser 16. Ein wichtiges Waffensystem für die direkte Feuerunterstützung der Kampfbataillone. Der 12 Zentimeter Mörser 16. Ein wichtiges Waffensystem für die direkte Feuerunterstützung der Kampfbataillone. Der 12 Zentimeter Mörser 16. Ein wichtiges Waffensystem für die direkte Feuerunterstützung der Kampfbataillone. Der 16. Ein wichtiges Waffensystem für vieden Waffensystem für die direkte Feuerunterstützung der Fantasy-Vachi.